aber das ding ist ja das ding ist einfach er hat ja folgt also wenn ich das richtig verstand hat er vorher noch gesagt dass er schon wieder ins feuer gelaufen weil du hallo dass du dich noch in die ferne fix die ich bei vorlesen musste genau diese tische waren auch 1000 aufrufe geklackt diese tische war geschossen ich habe alle granaten verbrauchen gerade so perfekt in einer reihe wer war es jetzt wenn die kuchen wenn am essen kommen die werden ich mal richtig angucken hier ist ja ganz viel geiler ritter feuer feuer heißt doch mal feuer was hat er gemacht ich bin jetzt im gemeinschaftsraum der schlaffsaal der junge ich bin im falschen raum ja ich muss auf die mädchen wo sind die mädchen hallo mädchen wo sind die mädchen schlafräume da ist abgesperrt nein ich bin zu den mädchen die mädchen ist riesig schau mal schau mal warum bist du wounded warum bist du wounded weil irgendwie von euch abgeschossen hat muss man bestimmt kennen aber ich kenne mich drastronen ist es ich habe euch einfach komplett verloren ich weiß einfach gar nicht wo ihr seit ich bin vom hauptraum rechts abgebogen dann links runter dann in richtung band rechts und dann an der wand e gedrückt und dann hier reingegangen hinter mir nochmal e gedrückt und da war ich da wo ich jetzt bin also sagst du so traitor mäßig so ne genau also ich bin safe ich bin definitiv innocent also ich fühle viel spaß ich kann das spiel gar nicht gut also ich weiß nicht da ist der geist habe ich gerade schon wieder gesehen sein ich setz mich hier hin und hör euch zu Und ihr ist ein Hörbuch, die so runden sollt. Hier ist Blut. Okay, cool. Das muss Yannick gewesen sein. Yannick? 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 Yannick redet nicht mindestens für ihn ein Hörbuch jetzt. Ja, genau. Ich höre euch nur noch zu. Wie einer von euch beilegt, macht nur der andere da froh. Ah, Drason. Warum redest du nicht? Drason ist es. Ach, f*** ich. Ja! Und ich sag noch ganz laut, Drason ist es. Hm, wer ist es denn jetzt? Drason? Ja? Wie kannst du die Reichen aufhängen? Äh, rechtsklick aufheben und dann linksklick. Ah, ich fand das nämlich sehr interessiert. Wie hast du gemacht das? Vor allem, weil du guckst mich an die Strafforce oder Leidstier. Ey, Yannick. Warum redest du nicht? Ich soll hier unten. Hier unten. Da hilft der Hexscher. Oh, ey. Oh, ey. Und ich sag, ich sollte es sein getrunken. Leid, Geist. Wer sind beide draußen? Ne? Ja, dem bin ich die ganze Zeit gefällt. Ah, alles klar, kommen wir. Okay, komm, wir folgen. Genau, die Waffe musst du nehmen. Das ist die beste Waffe. Warte. Das ist die beste Waffe. Also, wo geht der Geist hin? Ja. Den läuft einmal im Kreis, also den brauchst du nicht voll. Genau. Achso. Dann läufst du hier rechts. Hier ist deine krasse Wand. Hier kannst du hochfahren. Hier ist auf die andere Seite. Hey, der ist der Aston. Hi, mein Kumpel. Krass mal die Sau. Du kannst dann wieder runterfahren. Dann bist du safe. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ich hab mal ein. Ich hab mal ein. Soße gemacht. Das war so. Scheiße. Und weiter geht sie nicht. Das ist auch hier. Zwei Töne, die auch uns zu sind. Die Map ist riesig. Wow. Also, ich bin nicht mit dem Schreckens runter. Also, was machen wir schon wieder? Ah, Traitor Raum hier. Ja, Drass von Traitor Raum. Ja, alle drei. Ja, Drass von Traitor Raum. Ach, das ist der Slytherin-Raum hier, ne? Ja, ich wollte eigentlich zum Zaubertrandein unterricht. Hey, seit wann hat hier Dinge gefahren? Wirst du Kammer der Schreckens? Die haben es richtig geil gebaut. Was hast du denn auch nicht gebrauchen? Wollte ich auch kein wissen. Da war ne Disco. Ja, 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 ja. Würde ich jetzt auch sagen. Wo ist denn das Klo der Maul? Was hast du gehört? Weiß ich nicht. Ich hab gar nichts gehört. Hallo, hallo, hallo. Das Klo der Maul. Das Klo der Maul ist ne Knascht. Wie war das? Wie war das zusammen? Ja, ohne Scheiß. Geil. Wo sind die anderen denn? Ich hab das Klo der Maul in die Myrte gefunden. So, wie komm ich jetzt in die Kammer der Schreckens? Hä, war halt der Junge. Die Map ist riesig. Ey, 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 ey. Ich geh nur den Hauptraum in den Keller hier. Oh Gott, ich will das nicht. Oh man. Hier steht ein Drogendealer. Mich vor allem die die ganze Zeit zurück zu drehen. Tote Drogendealer. Ey. Geht das? Was? Oh komm. Bist du noch am Leben? Warte. Bist du noch am Leben? Warte. Janik. Ja. Also meine Theorie wäre jetzt eigentlich, dass Sven es ist. Glaub ich auch. Okay. Jigsaw und wieder blieb, also Sven es ist. Ja. Jigsaw und wieder blieb, also Sven es ist. Jigsaw und wieder blieb, also Sven es ist. Jigsaw und wieder blieb, also Sven es ist. Ja, ich find's einfach, ich erkenne jeden Traitor. Das, dass er stehen muss, das ist ja kacke. Ne, das ist ja nur fair. Ne, das ist nicht fair. Das ist natürlich fair. Wir müssen bald diesen Traitor-Wiederbeleber, ähm. Ein Upgrade verpassen. Wir müssen ihn auch mal ersetzen wahrscheinlich. Warum? Wegen einen anderen. Naja, weil ein anderer, da wird's wahrscheinlich nicht drin stehen. Ja, aber dann muss man benachteiligt werden, dass es noch einer ist. Ne. Doch. Jo, ich bin hier. Ja, ich bin nachteilig aus, weil du dein Leben verlierst. Weil es nicht mehr fair steht. Wie heißt das mit der Glaskugel, wenn du allein schießt? Ich hab grad auf die ganzen Leute hier schießen wollte. Aber auf der anderen Seite, ich hätte eh auf den Schicksaw geschossen, wenn ich ihn gesehen hätte. Weil er nicht gerade vor der Tafel ist. Schicksaw, äh, im Hauptraum. Zwei bis rechts. Ah. Das ist ja keine Herausforderung. Das ist ja keine Herausforderung. Ich glaub, Sven lebt noch. Nein, wer ist auf den Schuss gelaufen? Ja, let's go. Wow. Dankeschön. Das war die verdammte Achsen. Das war ne gute Runde. Er trennt ist einfach keine Gefahr, weißt du. Er steht einfach an der Tür und macht nix. Wir haben Bumerang geworfen. Ja, ziel müssen wir noch mal lernen. Ja, du hast den Weg in dem Moment. Kasper nur für Arter. Ich bin Sven, hallo. Ich mag kein Salz. Und schneiden kann ich auch nicht. Nimm's mit. Ah! Du hast Huss, Arter, eins. Ja, guck, Alain an. Sau, alt, ey. Ich halte bin. Ja, ich freu mich schon auf die Folgen, wenn... ...wenn ich da nur... ...wenns Ausrastet zusammenschneide. die lehrerschaft umgebracht und cool immer die granate nein das will das gibt es nicht wenn es jetzt die zweite runde ist ohne trader als wenn es werden die wunde habe ich abgeschossen hallo also ich kann ja auch nicht schlaf und da waren wir doch eben das war doch nicht griffindor oder erklär war das griffindor der turm würde aber da ist doch keine fette frau vorne dran oder doch ich bin es echt nicht ich bin es nicht wer hat die disco geworfen ich habe es nicht geworfen nein ich weiß ja nein nie im leben soll sich nicht tun ich beobachte die situation gerade überzeugt oder was ja hast du das gelöst leider nicht oder was ich bin ja auch ähja ja ja mit senf oder womit ja die däger kommt aus dem traitor da raus da oben Traitorobe, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Yeah, wahrscheinlich, oder? Zeigst du auch, die sind schon schwarz. Ich hab noch 8 AP. Hilfe. Wenn wir alles zusammen tun, haben wir 94. Let's go. Bist du ne Jacksau, weißt du was? Was geht jetzt, oder was? Vielleicht kann man das öffnen. Die M16 ist so kacke, ey. Die ist echt kacke, also. Nimm dir aber das Ruhrfühltor und reicht. Das Ruhrfühltor brauchst du nicht im Spiel. Steig. Du hast immer einen Bumerang gemacht. Kann es sein, dass die Thomas hier so ne übelst kleine Hitbox hat? Ja, der ist dann immer da. Also, da kriegst du keinen Tod. Drasron an der Arbus fallen lassen? Ja. In der Vorzeit. Also, ich glaub Drasron ist es. Ich wusste ja auch, Drasron ist es. Drasron ist es. Drasca Waldo. Ja, schieß mich drauf. Nee, nee, mach beide keinen Sinn. Nee, ich bin bei Dumbledore. Ich häng mit meinem guten Buddy durch Dumbledore. Drasron hier, dauerhaft Granaten rumschmeißen, hm? Ja, ich schmeiß den mit mir nicht. Wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken. Ja, was? Warum guckst du mich an? Wie kann ich dir vertrauen? Warum löst du hier hinten sowas von vertrauen? Weil ich mir das Film angucken wollte an der Tür. Ich in diese Rolle bist du verlegen. Ja, ja, genau das wird jetzt auch sein, Leute. Ja, das ist so. Der bewegt sich nicht. Ich hab' ich schon alles möglich gemacht. Warum bist du verletzt? Warum bin ich ins Feuer gelaufen? Warum bin ich ins Feuer gelaufen? Lass' euch das klauen. Du dich schwör. Du hast die maulende Mütte nochmal getötet. Okay, du musst du schwören, also kannst du kein Treiter sein. Guck mal hier, da ist jetzt noch einer. Sehr easy. Ich kann echt kein Treiter sein. Soll das hier die Szene grad sein, wo sie den Finzaft drank genommen haben? Du siehst du da eigentlich grad die ganze Zeit durch die Gegend, Alter. Das ist frech. Ich weiß aber nicht, wie man das aktiviert. Auf jeden Fall, wenn du tot bist, kannst du hier runterfliegen. Und dann siehst du das hier. Hä? Feuer! Ja, das ist es hier. Du siehst ja, wenn du hier so am Rand gehst, dann siehst ja, dass es da runter geht so. Kannst du so ein bisschen durchgucken in der Seite. Weil wenn du hier lang gehst? Hey, ich bin's nicht. Möko ist es. Möko ist es. Wo bist du denn jetzt? Ich bin absolut innocent. Möko ist es. Möko ist es. Wie kommst du da raus? Das stimmt gar nicht. Ich hab' nie... Weil ich das noch alles? Nein, einfach nein. Weil du hast Beweise dafür, dass wir kurz ist. Da kannst du nämlich auch unterschauen. Waldo? Bei beiden waren das jetzt. Waldo? Ja, hallo. Weil du redest nicht mehr. Ich war schon gar nicht mehr bei Waldo, als er gedacht hat, dass ich jetzt bin. Ja, da hast du ja dafür Beweis. Wenn wir jetzt gerade... Ja, eine Aufnahme. Die Frage ist halt, wie haben die das nochmal im Film gemacht? Also ich glaub' mir kurz ist es. Keine Ahnung. Hey, das ist frech. Das habe ich, wenn ich sehe nicht. Das ist mit Wasserhahn, glaube ich, oder? Ich sag' dir ohne Google in den Kopf. Ja, dann hast du ja nicht mehr Beweis, dass wir mir kommen. Ey. Wie soll ich das auch beweisen, ja? Ja, du musst deine Unschuld jetzt nicht unbedingt beweisen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Hm. Darf vielleicht. Ich spiel' zum ersten Mal TTT. Ich weiß nicht mal, wie man in den Traitor-Shop geht. See. Das hab' ich dir vorher auch noch erklärt. Auf jeden Fall hier ist die Leiche, oder? Nein! Ach so, wie schmeißt du das noch? Was machst du bei mir bei Dumbledore? Ich häng' grad mit meinem Buddy hier ab, ja? Echt. Ich weiß nicht, wie das... Ne, kurz bei mir ist, bei mir an Dumbledore. Das ist halt auch nicht. Jetzt weiß man, da bringt dir was. Ja, ich wollt' nur sagen, dass das hier... Dass der Tod ist. Aber bei dem Kloß muss es ja sein, wo's da runter geht. Wahrscheinlich, ja. Und Waldo hat zuletzt gesagt, Mirko ist es. Da muss Mirko sein. Aber ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr bei Waldo. Ja, aber wenn Waldo sagt, du bist es. Oder Mirko tot ist. Er hat... Aber... Aber... Das Ding ist halt einfach... Das Ding ist halt einfach... Perfekt, die große für die Brände gibt's den nicht, ne? Was? Wenn ist es! Und zu dem Zeitpunkt war... Bin ich schon nach unten gegangen. Ja, das wenn ist es. Und und... Dich hinterrücks... Hinterrücks erschlagen, während ich aufm Scheißhaus bin. Ah, Scheißhaus. Ah, Mann. Du, was... Was für ich bin ist, ja. Das ist doch mega fest. Abmacher Rasen ist so geil. Das ist das linke Klo, wo wir als erstes drin waren. Da geht's irgendwie runter. Das war einfach abartige Verhörerung. Leute, da ist der Pumst. Vielleicht halt so weiter. Hallo? Da Pumst du los? Was so... Tiki, wenn du teilt ab, was gehen wir da hin? Hey, doch das Rechte. Doch das Rechte, wo ich gestorben bin. Sven, ich kill dich jetzt einfach. Das weißt du schon. Wieso das, ey? Voll lang... Bei mir ist halt... Weil ich hab das schon lange nicht mehr gemacht. Bei mir ist die Kulturelle das Recht, ja? Bei mir ist die Kulturelle das Recht, ja? Waldo, ich hab doch nichts Schlimmes getan. Weil wir machen hier gerade Experimente und der tötet uns einfach. Was soll das? Ja, find ich ein bisschen frech. Ja, echt. Ich hab auch... Mega lächerlich... Hier weggeschmissen. Ja. Ah. Das hab ich immer in die Heimgänge gefunden. Verdammt. Hey. Hey, Magdalena. Ah, hi. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Du hast bestimmt aus dem Server ausgestellt, dass ich Traitor sein kann. Ja. Nur auf der Sport, den man nicht spielen kann. Also ich... Ich glaube... Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass es hier ist. Ah. Ja, ich wieder. Ich glaub beide ist es diesmal. Kulturell. Ich geh jetzt erstmal aufs Klo. Sven, ich erschieße dich jetzt einfach. Ich hab... Willst du mich verarscht? Ich hab nichts gemacht. Nein. Bist du mal nicht so? Ich werde hier verfolgt. Ja. Von mir. Hast du ein Problem damit? Bist du Traitor? Nein. Ja. Er ist sowas als Traitor. Ey, sag mal ruhig da hinten jetzt. Hä? Ich wollte grad zeigen, wie bist du jetzt mit klein vor mir gekommen? Chaky! Waldo? 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 Du bist es. Sven! Nee! Du bist es. Sven! 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 was ist denn los mit euch und jetzt warte warte es tut mir leid aber ich habe einfach einen hass auf dich gehabt einen abartigen hass aber jetzt ist wieder gut wir uns nicht ein bisschen das ist das falsche verbrennen aber wie geht das andere jetzt kommen wir wieder raus hier okay alter war das eine wiese aktion werbung das ist so unfair wieso ist die welt so mies ich will doch nur gutes spiel haben genau ich habe ein spiel bei holland gesehen und kannst mich kaufen weil ich kein geld habe kann mir nicht jemand irgendwie die seite empfehlen wo man künstliche spiele kaufen kann ja das können wir echt wurde bei ihnen das gaming was ist in der gaming da ist all in der offizielle partner das bedeutet wenn du über den link denn der video beschreibung stieß drauf klicks und dann ein spiel dort kauf es ist nicht nur billig mit garantie sondern auch eine unterstützung für all in und das ohne dass du noch was drauf bezahlt echt wirklich ja drei prozent vom kauf gehen an all in krass und damit unterstütze ich ja ich zahlt nicht mehr nein play smart payless junge das ist echt cool vielen dank kein problem jetzt auf den link in unten in der video beschreibung und los geht's das ist so cool 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 Bis zum nächsten Mal.